Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Oh, meine Nase. Stehen geblieben in diesem Scheiß-Labyrinth. Ich weiß immer noch nicht, wie wir weiterkommen. Was ist denn? Nee, geht nicht. Sehr praktisch. So, ich hab's bis heute nicht verstanden, wie das gehen soll. Nur weiß ich, dass wir nach den Symbolen jetzt folgen müssen. Das heißt, wir müssen mal gucken. Ich muss doch irgendwann sein. Achso. Hier ein sehr schön altes Gold. Bringt immer mehr Geld. Jetzt müssen wir erstmal den zweiten finden. Bevor wir überhaupt lang gehen. Das ist drei. Das heißt, den dürfen wir schon mal nicht gehen. Wo ist die Nummer zwei? Nummer zwei ist da hinten. Da komm ich aber auch nicht lang. Wenn ich den jetzt umstelle. Was passiert dann? Wenn ich den jetzt umstelle, stelle ich mal. Jetzt ging das Licht aber hier an. Das ging ja hinten auch. Aber hä? So drei? Da muss ich hoch. Ein einfacher Sprung. Aber wie komme ich da rauf? Ach, da oben. Es gibt noch mehr. Ja, das hätte mir mal einer sagen müssen. Das ist natürlich was anderes. Was ist denn, wenn ich den jetzt so mache? Wartet mal. Wir drehen den jetzt mal anders. Dein Ding, komm. Okay. Ein kleiner Süßer. Hier haben wir nochmal einen Mohn. Das muss ja irgendwas damit zu tun, dass wir hier hoch können. Wir konnten ja jetzt hier hoch und jetzt hier... Boah, ich weiß nicht, ob das klappt. Ne. Aber wohin konnten wir da noch runter? Ich verzweifle langsam. Ja, komm. Ja, geh doch. Ich wollte ja jetzt erst mal gucken. So, wenn ich das aber jetzt wieder oben stelle, machen wir das nochmal anders. Stellen wir das mal schnell wieder oben. So. Das verändert sich nichts. Das heißt, wir verändern hiermit nur das. So. Das ist aber falsch. Hier ist richtig. Aber irgendwas stimmt ab hier schon nicht mehr. Aber bitte, was soll denn hier nicht stimmen? Alter, ich kann irgendwie selber. Kostet mich natürlich jetzt richtig schön viel Asche, aber... Scheiße. Wenn ich den aktiviere, dann müsste ich ja hier oben reinkommen. Komme ich aber nicht, weil der hier falsch ist. Das heißt, ich müsste den hier umstellen. So, stellen wir den nochmal wieder um. Und das Feuer geht aus. So, dann muss ich hier hoch. Hier lang. So, und dann muss ich hier runter. Lässt wir runter. So, hier hin und den aktivieren. So. Mal probieren. So, jetzt. Ich glaube, ich habe es langsam. Jetzt gehen wir hier lang. Boah, jetzt gehen wir hier hoch. So, hier runter. Gehen jetzt hier nicht lang. Ah, verarscht mich doch nicht. Ah, verarscht mich doch nicht. Aber warte mal. Vielleicht jetzt aktivieren wir den hier. Mach mal das mal. Jetzt ist ihm das Licht lang. Dann gehen wir mal hier lang. Haha. Ich habe es verstanden. So. Hoffentlich ist hier nicht der kleine Geselle von eben. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Okay. So. Juhu. Scheiße. Ich vermute, in diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch los machen. Ach, da ist ein Buch. Einfach mal rein. Ja. Äh. Fahren wir doch mal mit dem Kreis. Nee. 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 Und der letzte. Komm. Und einsetzen. Okay. Okay, was ist das jetzt? Ein altes Buch aus der vergangenen Bibliothek unterhalb des Hauses. Der blühten. Ach, vielleicht sind das diese zwei Schlüssel, die wir da gesehen haben. Okay. Da denken. Okay, da kommen wir wieder hoch. Ist hier denn nichts mehr? Ah, doch, da ist ja noch was. Ja. Mein Auge sieht da was. Was ist das denn? Cool. Ah, das heißt, hinter jedem dieser Sachen ist was versteckt. Hey. Okay. Ach, da habe ich die Symbole auch her. Lol. Einfach eben mal die Symbole geschnappt, aber sonst alles okay. Auf geht's. Gehen wir mal hier wieder raus mit uns. Okay. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keine Gegner sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo es denn davon ist. Und du hast gesehen, wie sie reagiert, wenn sie was nicht weiß. Dann stellt sich nur die Frage, wer hat den Tür geöffnet. Genau das finden wir jetzt raus. Tränen wir uns, um ein größeres Gebiet abzunehmen. Ach, scheiße. Das sagst du so leicht. Immerhin hast du nie wackelt. Ja, weil ich beim Kartenspiel nicht beschatze. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer wegen dieses Kartenspiels? Weil ich beim Pelikan und Makrele gewonnen habe? Ja. Viel Spaß im Dunkel. Ja, super. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Na, scheiße. Jetzt haben wir noch zwei Gegner hier. Aber, das wird uns nicht daran hindern, hier oben einfach lang zu gehen. Die sehen uns ja eh nicht. Nö. Hier ist niemand, Jared. Habe ich hier gesagt. So, komm mal kurz. Muschen wir hier durch. Okay. Ich wusste jetzt mal. Irgendwas hätte man da schon machen können. So, schnell. Rutsch mich hier mal hier durch. Gucken. Irgendwas wird hier noch gleich kommen. Ich werde das. Scheiße. Fuck. Ich hab's mir echt erwartet. Ich hab's mir echt gedacht. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Oh. Nein, 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 nein. Ah. Ah, fuck. Ich hab's gedacht. Ich hab's schon gedacht. Ja, ich hab's ja letztes Bescheid auf Kuladen. Ja. Ah, scheiße. Das hätte doch lieber vorsichtig sein sollen. Hätte, hätte. Fahrradkette, ne? Wir kennen's ja alle. So, der ist da jetzt. Auch wenn sie solch mich gegen den wehren. Ach, geil. Wie, da kommt der jetzt hier rein. Okay, komm, schnell. Schnell. Komm mal. Was haben wir denn da drin? Okay, komm. Ein Schriftrollenhalter wieder. Komm ich da nicht vielleicht woanders irgendwie hin? Mal kommen zurück. Wird was gucken. So. Machen wir den gleich erstmal K.O. Machen wir den da vorhin die Ohren. Kommt der jetzt oder nicht? Kommt der jetzt oder nicht? So, weiter gucken. Irgendwo sind hier noch ein paar. So, vorsichtig. So, vorsichtig. Dann muss der nächste. Dann muss der nächste Mal auch kommen. Kommt der nächste Mal auch kommen. Die Schnecke. Dann ist es dabei. Das ist irgendwas. So. Jetzt wird es etwas schwieriger. So. So. Und da hinten war ja auch noch einer. Dann haben wir endlich den letzten auch. So. So. Jetzt endlich mal hier hoch. Komm schnell. Komm. 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 Sehr schön. Was ist denn jetzt auf einmal? Was war das denn jetzt gerade? Fällt der einfach plötzlich da runter? Also bitte. Kann nicht wahr sein. Habe ich irgendwas weggeguckt oder was ist da passiert jetzt? Komm verarsch, kann ich mich selber. Sehr ernsthaft. Wo soll ich denn lang? Ja genau, kann das aber eben nicht machen. Ich glaube es langsam ja nicht mehr. Na komm. Bestraf mich Mutter. Ich war böse, so böse. Warte, nicht anfassen. Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure. Komm her zu mir. Was geht denn hier vor, General? Es reicht. Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Noch einmal. Und ich schneide eure Eier ab. Fordert mich nicht heraus. Ah! Das ist super. Du! Frucks. Warte. Ich bring dich um. Die! Du musst die Damen besser behandeln. Das wirst du bereit. Abgeschlossen. Schmutziger Geheimesjäger. Du hast keine aggressive Aktion geschaut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Irgendwie haben wir das ja immer. gefunden und bautet 3357. Aller 54% ist gut, aber... Naja. Hätte auch besser sein können. Schade. Oh, verdammt. Showkasten aktualisiert. So. Und damit würde ich erst mal beenden mit dem Part und sehen uns beim nächsten Mal von Let's PlaySiv. Bis dahin. Und viel Tschüss.